Hallo, herzlich willkommen hier in der E-Bike Erlebniswelt, Erhard Mott & Lauda, hier der Erhard Mott. Ich darf Ihnen ein Riese und Müller Roadster Mixte E-Bike vorstellen, unser Vorführer E-Bike für die Saison 2023. Ich habe einiges zu den Roadster Modellen schon bereit sind, bei der Herrenausführung gesagt, schauen Sie das bitte auch noch einmal an, im Gegensatz zu dem Herrenmodell oder Diamantrahmen. Es ist das Mixte mit einer Enviolo bestückt, einer Enviolo-Nabenschaltung. Die Nabenschaltung hat den Vorteil, sie ist erstmal wartungs- und verschleißfrei. Angetrieben wird sie über einen Zahnriemen. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein sehr schnelles E-Bike, bedingt durch die schmale Bereifung, den man im Alltag auf Radwegen gut fahren kann. Die Bezeichnung als Urban-E-Bike, ich finde die Namensgebung, habe ich auch schon gesagt beim anderen Modell, unglücklich, weil Urban ist für mich Stadt und Verkehr und, und, und. Hat man Radwege, wo man drauf vorrücken kann, dann ist es wiederum perfekt. Das wäre jetzt ein E-Bike für den Alltag, wo viel gefahren wird, und zwar steile Strecken. Viel steile Strecken, wie zum Beispiel in Stuttgart oder in Marburg oder sonst wo, wo es Berge hoch und runter geht. Denn der starke CX-Motor mit 85 Judenmeter erlaubt Ihnen auch der Berge hoch mit voller Unterstützung hochzudüsen ohne Anstrengung. Gespeist werden beide Modelle über einen 625-Wattstunden-Akku von Riese und Müller. Quatsch von Porsche. Und es ist vollkommen ausreichend mehr Energie, wie Sie im Grunde genommen brauchen. Denn wenn es für den Alltag genutzt wird, dann können Sie da mehrere Tage fahren ohne nachzuladen. Für lange Touren reicht es allemal, 100 Kilometer. Ein Gepäckdrecher ist auch dran. Man könnte da links und rechts eine Tasche hinhängen oder ein Körbler drauf machen, je nachdem. Oder ein Topcase irgendwie. Es ist wirklich schnell, leicht. So wie man sich auch vielleicht E-Autos vorstellen könnte, die nicht unbedingt 3 Tonnen wiegen, sondern leichte Fahrzeuge sind, die man überall einparken kann, die wenig Strom verbrauchen und die auch noch nachhaltig sind. So, und unter nachhaltig gehört auch dieses Konzept, hebt wahrscheinlich im Menschenleben lang. Ja, also kommen Sie zu uns nach Lauda, probieren Sie es aus. Wir betreiben drei verschiedene Teststrecke, die wir anbieten. Die können Sie sich vorher runterladen. Wir beraten Sie vorher per Videokonferenz, wie auch immer Sie das wünschen. Einfach Anfrage ausfüllen und losschieben. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald. Tschüss, Ihr Erhard Mott und das gesamte Team.